Seid gegrüßt und willkommen! Ihr habt es wieder einmal zu einem weiteren Verkaufsvideo von mir geschafft. Diesmal habe ich wieder nur ein einziges Produkt im Angebot, und zwar handelt es sich um die neue Raven Ridge AMD Horizon 3 2200G APU, die ich für meinen Test und die Vergleiche gekauft habe. Diese Raven Ridge APU verfügt über eine ziemlich ordentliche integrierte Grafikeinheit in Form AMDs Radeon Vega 8 mit 8 Compute-Einheiten, was zwar keineswegs heißt, dass die Leistung atemberaubend ist, aber sie ist durchaus ordentlich. Und wenn ihr mein Gaming-Video mit dieser APU und dessen IGPU gesehen haben solltet, versteht ihr, dass dieser Prozessor ganz schön was drauf hat. AMD hat hier sicherlich auch wieder gute Arbeit mit dem Ding geleistet. Zudem hat es sich herausgestellt, dass sich dieser 2200G ganz einfach übertakten lässt, selbst mit dem mitgelieferten Wraith Stealth Stock Kühler. Schaut euch dazu einfach mein Übertaktungsvideo an, wenn ihr mir nicht glaubt. Gut wie gern ich diese Ryzen 3 APU auch habe, ich brauche sie nun nicht mehr. Es ist Zeit sie zu verkaufen, um so wieder etwas Geld zurück in die Kasse zu bekommen, für weitere Tests und Vergleiche. Und da kommt ihr wieder ins Spiel. Diesen 2200G habe ich für rund 128 Euro gekauft, inklusive Versand, aber das ist selbstverständlich nicht mehr der Wert des Prozessors. Deswegen wäre ich mit 79 Euro für den 2200G sehr zufrieden. Wie immer alles mit Originalverpackung, Rechnung, praktisch alles brandneu, kaum gebraucht, nur getestet. Mehr auch nicht. Ach ja, solltet ihr euch wundern, ja, diese 2200G Raven Ridge APU könnt ihr in euer jetziges B350 oder X370 Mainboard verbauen, solange ihr die neueste BIOS-Version drauf habt. Und ja, der Rest? Kostenloser Versand für euch. Ich übernehme alle Versandkosten, ihr zahlt keinen Cent dafür. Allerdings versende ich nur in EU-Länder. Wenn ihr also in den USA oder sagen wir einmal Australien werdet, kann ich euch leider die APU nicht schicken. Tut mir leid. Zu guter Letzt, was die Bezahlung angeht, bevorzuge ich ja eine einfache Banküberweisung. Aber wenn ihr unbedingt wollt, können wir auch PayPal nehmen. Aber wenn's PayPal ist, bitte die Funktion Geld an Freunde und Familie senden wählen. Denn wenn nicht, zieht mir PayPal so um die 7% Gebühren ab, was dann doch ziemlich viel ist. Versteht ihr ja sicher. Wenn ihr also Interesse habt, zögert nicht mir eine private Nachricht auf YouTube zu schicken oder auf Facebook oder ganz auf dem alten Wege über E-Mail an nichlos1112sale at gmail.com. Nun, es wäre schon schön, wenn dieser Ryzen 3 2200G einen neuen Besitzer finden würde. Das Geld könnte ich gut gebrauchen und sinnvoll in andere Hardware zum Testen einsetzen. Wie immer bedanke ich mich vielmals für eure Unterstützung, auch wenn ihr die APU nicht kaufen wollt. Kein Problem. Danke einfach für den Support. Ob ihr jetzt meine Videos anschaut, etwas durch meine Amazon Affiliate Links bestellt oder was weiß ich. Danke einfach und passt auf euch auf.